alles dreht sich momentan um das thema muss ja das macht auch ehrmann mit den neuen grand muses ja da gibt es nämlich einmal schokoladensplitz und also nur splits absolut im handel und wir probieren sie jetzt mal aus willkommen bei der futschau ja im vorspann hat das schon wieder gesehen corn dessert von ehrmann mousse von ehrmann nicht mehr konnte sehr ja mit schoko splits und haselnuss splits ja die beiden gibt es ganz neu ganz frisch im handel oder vielleicht bei einigen von euch schon ein paar tage länger und jetzt gar nicht mehr ganz so neu bei uns bei rewe sind sie aber jetzt erst diese woche aufgetaucht und wir haben jetzt erst den november also uns ist in der woche in der ersten november woche ist aufgetaucht was bekommt ihr mußeschokolade mit splits relativ einfach gehalten ich habe schon in einem anderen video erwähnt ich weiß nicht ob es schon online waren dass gerade muss ja ein großer trend scheint zu werden viele hersteller setzen gerade das thema muss hier wird es ja von ehrmann jetzt auch bald noch die high protein muss geben ist noch nicht aufgetaucht im handel ja und ist ja klar wenn die hier schon mal muss produziert haben dann ist das klar warum die auch dann die high protein muss rausbringen ja hier sind die zutaten und letzten relativ langen kalorien habt ihr hier 176 bei der schokoladen version und bei der hasenluss version habt ihr 174 also relativ ähnlich die nahaufnahme guckt euch einmal an vielleicht findet ihr auch die muss ich habe nämlich schon die splits ich habe die nämlich schon aufgemacht das ist nämlich so ein ding was ich so ein bisschen überraschend finde aber ihr müsst gucken und dann schauen wir mal weiter preislich waren die glaube ich bei 69 cent ich glaube 69 cent der becher habe ich aber nicht mehr ganz im kopf aber es geht ja auch im supermarkt darum sehen wir es euch wieder bis gleich und hier sind sie beide also hier wird versprochen viele schoko splits und hier spiele haselnuss splits ja das sieht man leider nicht also hier ist nicht ein einer dieser splits zu sehen bei der schoko auch wenn wir hier in den becher reingucken hat jemand sonnenlicht also dass hier oben könnte einer sein aber sonst hat keine zu sehen finde ich ein bisschen schade und bei haselnuss sieht man irgendwie auch keine also dass hier sind keine oder es könnte vielleicht sein dass das welche sind muss man gleich mal gucken auch hier bei der muß im sonnenlicht nicht zu sehen so wie versprochen mal gucken vielleicht schmecken wir sie gleich wir drehen auf die zutaten auf die nährwerte die kann ich euch glaube ich sogar parallel zeigen wenn ich es richtig um drehe ich hoffe ihr könnt das sehen der fokus müsste ziehen ja wenn das länger lesen wollte pause und jetzt probieren wir sie und ihr seid wieder da ja habt ihr gesehen wie sie ausschauen die mußdinger ja das blitz sucht man ein bisschen vergebens muss man wirklich sagen also auf den großen löffeln also man sieht in drin keine draußen keine ich probiere jetzt erstmal nur so ein bisschen von der schokoladenversion wo wir da sitzt ein spiel und das war es dann auch die sind jetzt zwei also wir sind vorhanden aber nicht so wie versprochen naja sieht es ja so aus hier mit so richtig viele spitz drauf und es wird auch hier mit den bildern noch mal gezeigt also hier ist eine folie drauf da soll man zeigen wie viele schokoladen splits ja drin sind also auf so einen großen löffel drei schokoladen splits geschmacklich aber nicht schlecht schmeckt schön luftig nicht fettig das hatte ich bei der anderen muss die schon getestet habe von milka war das da war die muss der fettig hier ist wirklich sehr schön luftig angenehm vom schokoladen geschmack also für den schokoladen muss gut nur zu wenig spitz das muss man in punkten abziehen ist aber durch den abzug würde ich so dreieinhalb von fünf geben natürlich nicht viel gegeben weil der geschmack ist und der schmeckt lecker aber wie sagt schokoladen splits sind eigentlich fast nicht vorhanden und wenn das produkt sich extra so nennt dann sollten die schon da sein dann gibt es nur die dreieinhalb von fünf ja was macht hasenluss besser schmeckt der hasenluss den hasenluss splits drin oder schmeckt einfach wie die schokomousse was ist dann sicher an sich die gleiche muss der schokolade mal gucken da hatte ich jetzt ein paar mehr spritz ich habe gerade kein tuch in der tasche aber egal schmeckt nach wirklich nach hasenluss muss also ist nichts zu vergleichen vom geschmack du hast diese grund geschmack ist da hier schmeckt es aber kräftig schöne hasenluss durch wir sind ein paar mehr das blitz oder stückchen drin die aber schon relativ weich sind für hasenluss fans sicher lecker meine version ist es nicht auf mir würde die version besser schmecken ich bin aber nicht der riesen hasenluss fan es sind ein bisschen mehr splits drin aber nicht so viele im verhältnis wie auch bei der anderen besten bei der anderen genauso viele drin sind einfach schon so durchgeweicht das überhaupt nicht mehr schmeckt das ist aber ein bisschen schade weil die müssen einfach ein bisschen knackig sein punktemäßig würde ich aber beide wirklich bei einer dreieinhalb bewerten weil hier wird auch mehr schokolade und mehr hasenluss versprochen auch durch diesen aufdruck hier wieder und das ist halt einfach nicht da sonst wie sagt leckere dinge kann man machen wenn das beides in die richtung geht wie beim high protein muss sein dass es die gleiche richtung sein soll werden beide protein version denke ich mal lecker sein wirklich schöne luftige muss nicht zu fettig so wie sie sein muss ich sage jetzt danke fürs zuschauen ihr seht mich in eines der nächsten videos bei der futschau wieder ich bin gespannt ob ihr sie schon probiert habe aber sie probieren werdet und ob im muss fans vielleicht seid und wir sehen uns in eines der nächsten videos wieder und ich teste jetzt noch eins der anderen vier produkte die hier vor mir stehen darum bis später mal ciao